Hi Leute, ich wollte nochmal wegen meiner kleinen Wahlaktion was sagen. Das wird jetzt bis nächste Woche, 6. Februar, noch laufen. Und ich habe ja bisher auch erst zwei Kommentare bekommen, also zwei Wahlen. Und wollte euch nochmal so ein bisschen vielleicht Erinnerungen fragen, ob ihr vielleicht auch noch ein bisschen was wählen wollt. Würde mich natürlich freuen, weil mit den zwei Stimmen da jetzt, einmal Guns of Inferno und einmal Red Dead Redemption, muss ich dann wahrscheinlich eine Münze werfen, wenn ich da jetzt nicht noch weiter was bekomme. Von daher, schreibt mir ruhig, wäre cool, wenn es euch interessiert. Und bis demnächst. Ciao.